Die Anlagen- und Apparatebau Knochenhauer UG ist der Spezialist in der Industriemontage von Förder- und Hebetechnik. Das weltweit tätige Unternehmen schließt die Schnittstelle zwischen der Fertigung und der Montage. Das ermöglicht ein Höchstmaß an Qualität, da die Monteure die verwendeten Bauteile auch eigenhändig produzieren. Zuverlässig, flexibel, kompetent. Anlagen- und Apparatebau Knochenhauer UG. Untertitelung des ZDF für funk, 2017